herzlich willkommen youtube zurück zu einer neuen folge fifa 16 geier modus mit dem ersten fc kaiserslautern und in der heutigen folge haben wir ein richtig geiles spiel richtig geilen gegner im jahr spielen gegen borussia mönchengladbach und zwar im pokal in der zweiten runde ich kann es kaum erwarten das gibt ein geiles spiel ja und wir spielen auswärts in glattbach das gibt eine heiße runde jungs das gibt eine heiße runde da bin ich jetzt schon gespannt wie das ausgeht mannschaft lasse ich jetzt mal so stehen wie es ist ich versuche es mit dem ligateam zu wuppen und drückt mir mal die daumen ja schönes pokalspiel wieder das ist cool glattbach in weiß grün und wir können das rote nehmen wunderbar fünf minuten profi und es ist wieder am pissen wie saufritz walter wieder das grüßen und ja sehr gut zack lüchte zack boah der war geil sehr schön aber wir wollen ja pokalspienale ins pokalfinale wollen wir auf jeden fall das wäre cool das wäre eine richtig geile sache und selbst von hier oben von den kommentatorenplätzen kann man die anspannung vor der praktik ist wieder in ströme geht mir das auf den sack ja lassen wir uns überraschen und wir haben anstoß wir spielen von rechts nach links in den roten trikots erst mal bis hier an tastier gucke was hier los ist wie die hier so drauf sind die glattbauer zimmer wird das eine tor chance schade kommt nicht an jetzt noch ein bisschen mehr in seiten haus aber in seiten haus aber das ist geklärt mann da war schon im aus leider kommentatorenkabinchen sitzen dürfen die spieler sind nicht zu beneiden heute hätte müssen fast gelb geben weil ich ihn einfach reingeballert habe war ein bisschen respektlos aber naja halt, 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 halt gibst du mir den ball zurück, junge ja so will ich das haben ja, wenn wir das richtig gut gehen erst, erst liegt es hier was war dann das das war großchance die helder müssen wir nur nutzen der kerl und zurück das war dann das, Leute, was war dann das, ey da gibst du bei dem schon her, nein er holt sich die Flanke, gut gemacht nein, dann geht es im Gegenspieler, nein das wäre eine gute Gelegenheit geworden mein lieber Freund, ey ah, jetzt wollte ich ihn grad wieder passen oh, was ist das Ding, was ist das Chance wieder mein lieber, weil ich komm nicht drüber weg da kommt der Pass auf außen wo spielt es Sinn also gegen erst die Gästen spiele ich richtig gut, finde ich also jetzt gefällt mir richtig gut das Spiel auch wenn ich hier jetzt wieder paar Ballverluste hab, aber krieg ich ihn immer wieder zurück jetzt vielleicht nur der Ball kommt Flanke das ist ein eigenes Tor das ist ein eigenes Tor oh, was ist das für ein geiles Ding gewesen auswärts im Pokalspiel gegen Gladbach wer hat es gedacht ja der Wendt hat es gemacht das hat es sogar noch gereibt das war wirklich unglücklich dass der Ball da ins eigene Tor gegangen ist vielleicht noch mal attackiere drauf wir wollen hier nur mal eins nachlegen vielleicht mal das auch selbst ins mache mit der Riesenchance bin ich ganz heiß auf das Tor aber auf ein eigenes warmtruf oh, Riesenchance für Gladbach nicht genutzt zum Glück für uns war der Müller noch dran oder was? da war doch der Müller nicht mehr dran was sieht der Tomat auf der Aue, der Schiri also unglaublich Müller Müller hat ihn was war das wieder? und das war es mit dem Angriff er fängt den Ball ab Klick ach, der war zu steil komm da nicht mehr dran das ist immer wieder dieselbe Kacke jetzt Obacht konzentriere nichts mehr falsch mache hinne sehr schön erstmal fein rausspiele hier jetzt 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 rennen Junge das ist genau ihr Spiel viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner jetzt, da kommt er nicht richtig dran, kann den Ball nicht richtig runterdrücken war schön rausgespielt, aber trotzdem zu ungefährlich schade 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 ich hätte es mir genug gegönnt das Ding ich knall dir das ins eigene Tor ich komm noch nicht drüber weg ja, schön schön reingekrätscht jetzt spielst du mich ein bisschen schwindelig hier ach, der muss mehr kommen vom Verteidiger er sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler wenn du so einfach noch mal Glück ab oh, nein was ein doofer Fehler das darf nicht passieren, da habe ich den Gegenspieler nicht gesehen ach, reing mich doch am Arsch ganz, ganz bitter für den Keeper den wollte er natürlich ja, da läuft er quer rüber ja ja, da läuft er quer rüber ja, wichtig ist, dass er jetzt konzentriert weitermacht und es im weiteren Spielverlauf natürlich besser Müller Jöckel oh, oh, nee ja, gut, Kopf hoch und weitermache da haben sie ihr Eigentor wieder weggemacht, aber jetzt heißt es weiter kämpfen und dann gleich wieder so ein Ding wieder und da ist die erste Halbzeit vorbei packendes Spiel zur Zeit ja, sehr schön gefällt mir eigentlich ganz gut das Spiel bis auf den Patzer von unserem liebe Müller aber naja kann nicht immer passieren äh, ich lasse die Mannschaft weiterspiele, wie sie ist jetzt heißt es Nachleger jetzt heißt es unbedingt und wir sind gespannt, ob die Partie ähnlich weitergeht unbedingt ein Tor machen egal wie schön abgewehrt, abgeblockt Einwurf, Gladbach jetzt Obacht nichts mehr anbrennen lasse und Müller knallt ihn gleich weg und rennen, Junge, rennen jetzt setzt er ihn unter Druck ach, da verliert er den Ball kann es sich nicht durchsetzen weg damit jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen jetzt wird es den Wechsel geben Herr Zermann Stindl Janschke ja, Gladbach kommt langsam besser ins Spiel es sind da noch ein bisschen ja, sehr ein bisschen ungenau wieder alles scheinbar geht meine Jungs die Luft aus hier ja, ich komme hier nicht ich komme hier nicht klar momentan lieber abschlagen aber vorher gleich wieder so ein Bock schieß jetzt und Raphael Johnson Zimmer ja, ich komme nicht durch ich komme nicht durch Junge ja, jetzt jetzt kommen wir in die spannende Phase jetzt jetzt entscheidet sich wer hier jetzt die Nase vorne hat naja, der hat gewonnen und ach, der Helden gute Parade immerhin Ecke immerhin Ecke eine Chance vielleicht mal wieder aus dem Stand da raus irgendwas zu reißen die Nase und gleich Straf da ist es 2 zu 1 sehr geil gemacht Jensen mit einem Kracher aus der zweiten Reihe ein Moment für die Ewigkeit vielleicht für den vermeintlichen Underdog jetzt sind sie in Führung Gemach, Gemach Volley genommen boah Oberins Eckerei keine Chance für den Torhüter ach, was geil Torhüter dachte der Ball geht an die Latte so, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genauer anschauen was ist Schusstechnik vom Allerfeinsten jetzt steht es hier 2 zu 1 was ein Spiel jetzt müssen wir uns wieder konzentrieren dass wir hier wieder nicht gleich wieder den Ausgleichsreffer kassieren jawohl, ja schön ah, nein aber immerhin ein Wurf ein Wurf für uns ach, da kommt ja wieder kein Schritt drauf den Ball zu nev, der erfahrt als dass er drauf zugeht geht Ecke Leute, konzentriert euch konzentriert euch weg damit nein boah Glück gehabt da stehen sie nicht gut meine Jungs die stellen meine Jungs so, dass wir lieber weg damit sehr schön gemacht sehr schön gemacht Flanken, 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 Flanken Flanken ah gibt immer wieder Ecke ja, schön das hat doch nicht so ein Problem ah, wechselt aus ich dachte jetzt gibt es gerne kriegt er dann eine gelbe mit der schön reingeben und ah, schade da stand noch einer da stand noch einer Alvaro Dominguez Janschke mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor weg damit nein nein fällt jetzt das Tor Müller hat zur Stelle Müller hat zur Stelle einfach zu halten jetzt geht es ab die Maschine Konter Chance Flanken und ach gut gestört ja da ist keiner da ist keiner ja dann kommt er und rein jawoll das bringt Zeit das bringt Luft nur mal rein und wenn es auch faul ist scheißegal das bringt immerhin Zeit für uns ist mir scheißegal das kann jetzt noch die gelbe kriege ja ja Karte Heini schön gemacht blöder Kartespieler du ja komm langer Ball durch Gladbach in die eigene Hälfte konnte den Ball aber noch kriegen hier da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit drei Minuten gibt's obendrauf jetzt vielleicht nochmal auf der Flanke ah was ist Chance noch mal gibt's Eckball Eckball 19. Minute jetzt nochmal leicht da passt er auf Ball gekehrt nix ja lass uns schön jetzt ausgehen Nachspielzeit bis gleich vorbei sind dann gelingt uns hier der Coup wir gewinnen gegen eine Erstligamannschaft Alexander Ring Jensen da könnte jetzt eine Chance entstehen ach schade was ist noch mal für längere nochmal weg damit weg weg und rein und schade und da ist das Spiel aus wir gewinnen 2 zu 1 im Auswärtsspiel in einem packenden Auswärtsspiel im packenden Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach der Underdog ja macht sie platt mit 2 zu 1 ich würde sagen verdient und äh schreibt mir in die Kommentare wie euch das Spiel gefallen hat ob es verdienter Sieg war oder ein glücklicher Sieg also ich bin sehr zufrieden mit der Leistung und ja Jensen mit einem Kracher da habe ich noch keiner geschossen ja da war noch nix ja Leute wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen hoch und ja ich sag mal tschüss euer Chris das 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 der und das das von